Hey Leute, ich bin's, Mike Coverick. Schaut mal aus dem Fenster, wie schön der Mond heute ist. Der ist, ja, etwas größer als sonst und das macht schon so ein bisschen Vorfreude und zwar am 27.07., also ziemlich genau in einem Monat, haben wir wieder eine Mondfinsternis, wo sich der Mond sicherlich auch wieder so rosa verfärben wird. Ich habe das ja schon mal im letzten Jahr gemacht, so ein Video dazu und eigentlich sind diese Ereignisse recht selten, aber in diesem Jahr haben wir wieder sowas. Ja, da bin ich dann auch wieder am Start. Ich hoffe natürlich, dass es schönes Wetter gibt, aber aktuell ist der Mond auch recht schön. Schaut doch einfach mal raus, wie er bei euch aussieht. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Nacht, einen schönen Abend, bis dann, euer Mike Coverick.